Guck mal ein Stein drinnen. Bei einem Schneeball war eine Kugel. Ich glaube wir können eine M4 kaufen. Aber damit gibt es Schneebälle und die sind kostenlos. Boah, ich habe Tinnitus, ich höre nichts. Ihr habt alle keinen Schneeball mitgenommen? Doch, ich habe einen mitgenommen. Ich habe nur Schneebälle. Oh Gott. Er ist zurückgegangen, er ist zurückgegangen. Dann gehe ich da raus, dann kommt der. Einer A. Und jetzt bin ich hier niedergeschossen. Oh Ness. Komm mal hier hoch eigentlich. Komm mal. Einer mit dem Tag. Zombe A. Close. Was will denn dieses Handy immer? Der schmeißt den mit Schneeball in. Der schmeißt den mit Schneeball in. Das sind die Dinge, die für andere keinen Wert haben. Jaaa. Oh Gott. Oh. Ja gut. Die Punkte musste ich jetzt bezahlen. Ja ja. Aber ich habe auch die meisten Krills gemacht. Das war nur fair. Nee. Kannst du ja gut ausgleichen haben. Weißt du hallo, zu jemandem sagen, den du wirklich magst, nur wenn ich muss, okay. Ist sie. Was kaufen wir? Ich hab ne UMP geschenkt bekommen. Okay! Halt die Schnauze! Hä? Ich hab mein Schneeballzüge offen, oder was? Ne. Niche Arme von Damenfrisuren bevorzugst du. Offen und natürlich. Was ist das denn für einer? Dein Blind Date hat dich... Welches Blind Date? Hast du dir UMP gewünscht? Ja, hab mir gewünscht. Mit dem Schneeball durch die Fensterscheibe hindurch. Hindurch. Der war noch einer an der Mischer. Dein Blind Date hat dich falsch verstanden und kippt dir ein Getränk ins Gesicht. Was machst du? Das gleiche? Ich hab die Böhmbe. Ach, das ist Wahnsinn. Noch ein Getränk bitte. Hast du die UMP? Was ist das denn hier? Hallo! Witzige Frage. Bin ich schon... Hab ich schon gewonnen? Ring! 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 Ich bin ein Snowmobil-Fahrer-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Okay. Okay. War voll die gute UMP. Hier. Behalte. Eine ich doch noch. Ich glaube ich doch nicht. Ich auch nicht. Damit kannst du dir ne Waffe wünschen, deine Wahl. Oh, verwirrt's glaube ich. Ja? Ich möchte nicht dein Genie sein. We are on your fear. Beamer, Beamer, Beamer. Oh Gott, was ist das denn? Getschen. Ach... 80 habe ich hingegeben. Der Gabriel hat mich kaum weißt. Das Lied von Gabriel. Hat er uns beide im Klopfen geschnitten? J.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R.S. verlassen was ist das toll ist hier ja sein pc geht manchmal einfach aus ein uhr ein uhr sowohl hau no hit nein soll man timeout machen oh wie wunderbar die mal mit das ist sehr wichtig nimmst du die arme mit warum unser turm unser turm 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 bad george ohne her auszeit du hast doch ja geworden no i don't breast yes hallo 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 hat der auch abgestürzt ja alle waren weg wir waren also die haben jetzt schon drei runden ja verloren meint er nee die bots waren so nicht gut ja das ist doof ne oh weggegangen knacki ponacki mach kein problem ich hab die runde souverän geholt fang ich ihn da was ist das denn auszeit was denn hinken wir dir wir haben gaben gaben die dürfen nicht darben weg weg oh was ist das denn alles schwarz alles schwarz alles schwarz schwarz ist das neue pink daran ist der neue tot wer hat das denn was ist denn henni brauchst du Hilfe nö kauft die russchen da durch sonst aber nicht wenn die sagt ach man einfach weil keiner da ist ja p90 ist das eine hässliche map ey kann man nicht viel aus muss man auf eine map mit schneebellen Kauft fuel, ey. Kauft fuel, ey. Boah, ich weiß jetzt schon, wie ich die töte. Was soll das sein? Ein abstürzendes Flugzeug? Ach. Wartet auf mich, kommt aber B mit der Bombe. Bisher zumindest. Das ist alles schwarz. Ich wusste es. Da ist noch einer drin. Was war denn? Ja. Toll, du hast mir das Ace geklaut, du Ranzratte. Du Ranzratte. So redet man nicht mit dem Topfrager. 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 Hörst du Reggie aus, oder was? Topfrager. Oh, du bist gar nicht der Topfrager. Doch, beide acht geht's. Oh, Pushing mit, mit, mit! Was hat er? Sag mal, wie kacke sind die? Wie lange kann ich noch... Wie kacke sind die, sagt er. Ja, aber wie lange die mich nicht getötet haben. Hi, ich bin Bombo. Oh, da kommt noch einer von links. Ja. Ach, das ist doch logisch. 77 und zwei. Oh. Oh, krass. Apropos zwei. Es sind noch zwei. Boah. Ja. Ich hab fast auf Abbrechen geklickt. Das wär's ja gewesen. Im Lauf anfangen zu sprayen. Das ist ja schon verloren. Verlorene Zeit. Ich wollte Droppinger. Man kann. Man kann. Oh, lol. Wir haben Bot Clayham aus der Sitzung geboren. Gegen Stefan. Man kann's mehr stoppen, ne? Was? Gut. Meine Zeit ist rum. Ja. Man hat 15 Sekunden. Ich hab direkt... Ich hab nichts mehr getroppt. Ja, er musste anfangen direkt. Flash euch mit dabei. Ja, er hat ne USB. Oh, ich hab das ausprobiert, was kommt. Äh? Ja, die Scheibe ist kaputt gegangen. Ach, die Scheibe. Sieht nicht so richtig, ob da jemand durchkriecht. 58 in 4. Ich muss jetzt aber wieder in die Mitte gehen. Ah. Da passt ich natürlich nach. Wir haben ja beide Hälfte. Oh, zwei Mitte. Zwei Mitte. Oder? Kann ich hier durch? Ja. Jaja. Oh. Der ist ultra low. 7 HP. Der geht aber wieder zurück, ist der gegangen. Zu B. Ah, zopp. Warum hab ich denn dann keinen Assist bekommen für den zweiten, den ich über 50 gildet hab? Was ist das denn? Jaja. Oh. Guter Move. Jaja. Okay, der letzte hat 7 HP. Oh, rechts in der Ecke. Rechts los. Er hat gezoomt. Ja. Er hat ne Auge. Geh hin und verhau ihn. Nee, nee. Geh hinter dir. Nicht weg. Nein, hin. Hin, hin. Bei Zoom-Waffen immerhin entgegen gehen. Nein. So. Nein. Dück weiter noch. Wohin? Ja, weißt du noch zu mir. Ja, ich kann auch hier mal zugehören. Ja, ich kann auch hier mal zugehören. Ja, war gut. Warum machst du denn nicht, was wir dir sagen? Lose Lips, Sink Chips. Das ist unser Motto. Da steht er. Du droppst halt nicht. Du droppst halt nicht. Was? Du droppst halt nicht. Was? Ne, ich hab mein unseres neues Logo hab ich mal betrachtet. Auf B ist ne Waffe getroppt vom Fenster. Ihr habt die Bombe getroppt in der Mitte. Ich gewinne doch die ganze Zeit. Warum habt ihr denn kein Geld? Ey. Ich hatte Geld. Weil ich zwei mal Rüstung gekauft hab, weil ich angesagt hab, dass wir Drog brauchen. Und statt zu saufen. Pass mal auf jetzt. Aber die Bombe ist noch nicht B. Die Bombe ist direkt vor dir grün. Direkt vor dir die Bombe grün. Irgendwo rechts im Eck. Oder oben. Oder oben. Oder oben, oben. Schade. Oben? Oben, da im Eck noch. B. Wie ist er da weggekommen? Der kann sich teleportieren. Ich hab doch gesehen wie er weggerannt ist hier. Der kann sich teleportieren? Ja, hab ich doch gesagt. All the wrong calls. Noch nicht rennen, Fabi. Doch. Ich steh'n halt noch da in der Hood. Ja, können sie ja. Das hab ich nicht verstanden, wie der dabei kam. Ich kann ja auch rennen und dann lenke ich die ab. Ist alles Taktik. Jetzt kommen sie aber doch mal ab. Jetzt kommen sie doch mal ab. Jetzt kommen sie doch mal ab. Ahhhh. Lol. Der droppt in dem Mechanim AVP. Das ist schon so weit. Soll ich jetzt was droppen? 2017. Ja, Topfrager. Topfrager, ey. Lächerlich. Wird gleich zum Topfrager hier. Mist, die ist zu gut. Guck mal. Er hat ne AVP und traut sich nicht mit zu picken. Guck hier. Zack. Tchk. 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 Aber der geht auch nicht down. Ich hab' ihn gar nicht getroffen. Okay. Dann wäre auch down. Wer hat Bock? Aber ich hab' ihn durch die Wand einmal gehittet. Hätt's ihn mal getroffen, Stefan. Die Topfrager. Sterben wie immer zuerst. Einer hat minus 62 in der Mitte. Ich hörte Steps. Ich bin A. Das ist ne geile Ecke hier, ne? Da sieht man den Schatten vor dem, vor die Gegner ein. Kennen wir die? Seh' ich. Ach. Das hast du ja gut ausgeworfen. Ich musste es zeigen. Die anderen bewegen sich jetzt zu A. Okay. Ob das reicht? Heart-Mode. Okay. Ich hab' den Call, dass die noch in der Mitte die Waffe holen. Ich hab' den. Oh, das hat der Flash. Scheiße. Natürlich wird man davon geflasht. Hinten geworfen. Und. Ja, da war der. Ah, jetzt war er da. Ja, man muss auch mal nachhalten mit 23 Schuss. Guck. Man weiß ja nie. Ich hatte 10. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Feinig. Nie wieder ein Abwehr. Ey. Ich war doch auf deiner Seite. Ich hab' den Call. Ja, okay. Hab's doch gut geredet. Geht mal die entziehen. Scheiße. We rush it in. We rush it in. Why are we doing sneaky picky like? Komm mal mit, Chinese. Wohin. Was haben die eigentlich davon hier ne riesige Station ins Eis zu hauen? Was denn? Woher hab ich mit dem 4? Die kommen B. Die kommen B. Die kommen B. Auf jeden Fall bei 2. Okay. Let's go. Komm mal her, shiny Nu. Ach. Unglaublich. Ja, sie kommen halt B, ne? Keine Ahnung. 2. Die sind hier auf jeden Fall voll. Oh, B. Einer Mitte noch. Geht B. Äh, A. Sorry. Ja, wir sind eh nutzlos. Ah, close A. Einer hinten A. Ah, der Call mit B, der war irgendwie schlecht. Ja. Ich hatte Angst. Nee, denn bald ist für dich. Oh Gott, oh Gott. Geh in dein Kämmerlein. Versteck dich. Einer links. Er ist jetzt tot. Einer rechts vom Waffen. Er ist jetzt auch tot. Ach, habt ihr hier keine Waffen? Hier nimmt die. Hallo Waffe. Ah, scheiß drauf. Micha ist nur einmal im Jahr. Ich hab low, Alter. Recht, close. Och mann. Dead low. Nice. Ach Gott. Ich hab heute richtig Bock. Ja mann. Aber der ist ja auch DMG. Ich auch nicht. Weil du willst lieber haben. Wusstet ihr, dass wenn der Michael Kills macht, also manchmal richtig gut ist, dann ist er ganz nett. Verselten aber. Ja, finden wir auch oft. Lol. Lol. Smoky. Hast du das? Was ist das für eine scheiß Krampere hier? Klar. Ok. Alter, geht weh. Lol. Ja, ich... Also wenn die sich da auch wussten können, das kann ich grad nicht denken. Was? Ha. Ach so, das. Da hab ich leider seine Füße gesehen, aber er denkt das war ein Cheat. Ah, wenn ich lag hier. Wenn ich nicht den und gut bin, dann spielen wir halt Counter-Strike auch mal so wie man Counter-Strike zu spielen hat. Ist ja nur noch einer. Oder zwei. Das ist der Fall. In der Mitte, der hat mich genaded. Ja. Achtung. Ach. Da ist Theo bei mir, oder? Komm, wir gehen den holen. Ich hab... Da ist er! Ich hab ein Stehweil! Einfach auf ihn zu rennen. Der ist daneben. Ich weiß nicht. Schu Falloutlooo Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü. Ein passender... Status Intro-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü. Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü. Ja jetzt ist wusste man noch nicht irgendwie please. komm noch mal B ge mal B warum Yo my soul komm komm nee kommen einfach her komm komm oah wenn du bisschen dich beeilt hättest Einer ist bei mir. Komm mal rein jetzt hier. Das müssen wir hier spielen. Da war doch einer oder nicht? Hier? Ja ja ne hoch. Wo hoch? Da. Hier? Ja. Erst Anfang der Runde rein. Richtig gut. Haben die anderen denn schon den Spot? Ne ne haben wir nicht. Bis jetzt hat noch keiner von euch sich erbarmt. Hä? Wie geil ist das denn? Naja. Überall kannst du auch da oben. Auch da oben. Ja ihr könnt alle da gehen. Hä was ist das? Da einen hinboosten. Was könnt ihr da? Verrat mich doch nicht Henni. Bleib weg mit dem Schießgewehr. Verrät's mich. Ich schieß dich. Ja ja das glaube ich wohl. Was ist das für ein Spot? Das ist krank. Der Spot hat Erkältung. Aber ist der letzte verbleibende hier schon wieder komplett irre. Der ist mitte links gelaufen. Wahrscheinlich hier in diesem Hintergrund. Ne das war der blaue. Der ist auf B. Er plantet. Ach man. Was ist das denn? Ich dachte ich seh den da. Aber den sieht man gar nicht. Der ist da. Der ist low. Ja 84 und 4. Cool. Sehr glick. 21 Schaden pro Schuss. Ich hab ihn geschossen. Aber hat man mal. Der ist low. Der schießt mir da. Oder schießt halt noch nicht mal. Guckt nur. Ja. Du musst dich da hinstellen Stefan. Dann kannst du. Ne kommst du nicht. Ich konnte den hinter der. Also nicht wegen der Höhe. Einfach weil der hinten. Wie geht's dir Michi? Alles gut überstanden. Wie lange musst du noch arbeiten? Erzähl doch mal. Ich hab gestern im Spiel verloren wo ich fast 50 kills hatte. Waffen wir heute auch. Kein Problem. Was? Sorry. Einer hier durch. Wir haben die Bombe Stefan. Noch einer vor A. Ach das ist cool. Hier geht gar nix rein. Da hoch ist. Das ist vor A. Kannste einfach rumlaufen. Ey man muss springen. Die Map ist einfach richtig geil. Da kann man so an so viel schnell gehen. Das steht da. Das steht da. Knief knief. Wo ist er hin? Ja rechts. Oder er wurde von Gott gerufen. Jetzt sind sie einfach da runtergelaufen. Ja. Das ist ein frecher Dax. Ja da muss ich jetzt in Waffe. Und dann schießt ihr euch über den Haufen. Der gute Gabriel. Könnte in der Mitte kommen. Glaub ich. Wenn das geht. Das geht. Hahaha. Hahaha. Wieso? Mhm. Also krass an der C2. Und der ist nicht da rum alter. Oh. Ziel wird 3 Harz. Haha. Vielleicht hat er sich nur den Fuß verstaucht. Und kann nicht mehr so schnell. Ach stimmt. Wenn man drunter springt. Nicht so schlau ne. Anscheinend schläft sie schon. Lol. Den Freimann in der Mitte. Hä? Scheiße. Diesmal war wieder zu gut. Throw in die Grenade. Slow. Löt. Noch einer. Grenade. Ach na klar. Scheiße. Pst. Beide Mitte glaub ich. Ja. Kannst auf A rennen. She willy lutey. Direkt vor dir schon. Also jetzt liegen sie vor dir. Einer war schon da. Der Andere ist am Job. Der Andere ist am Job. Der Terrorist wins. Da mussten wir ihm wieder ein bisschen helfen. Ein bisschen runterschießen die Gegner. Hä? Waren alles Headshots? Ha. Nicht einer. Selbst der Natekill war Headshots. G. Kannst du mal ein Empfehlung bitte? Jo. Lose Lips. Sink Ships. Move it son. Hat jemand sein Logbuch vergessen wenn ich ihn erwische. Der wird Kiel geholt. Ha ha ha. Der die Arme gesetzt. Was ist denn? Was ist denn? Komm ich hatte wie so drei. Derf's ihm extra hin. Komm. Ja. Grenade out. Grenade out. Der ist so geil. Hi Johnny. Hi. Musst du's sagen wenn die schon hier sind? Ja ich hab was gesagt worden. Say Arsch. Ach da hinten. Ganz hinten war der noch. Kleine Umzeit. Der AWP. Die Bombe hab ich noch nicht gesehen. Komm ich halte am AWP. Ja den sind beide da. Doch. War stepped zurück einer? Ja die Bombe ist zurück gesteppt. Bombe ist bei denen in der Base. Oh ja. Geht doch einfach links. Ja lass ihn einfach vorbeilaufen. Ja. Nett da. Du musst unter dem zweiten Stein bleiben. Und dann lass sie die runter holen. Ja. Da. Ja. So. Wenn der jetzt sneakt. Der ist schon sehr peinlich. Er ist wirklich gut. Ist das halt Gabriel der mit den meisten Kills aufs Mekotin. Aber wir haben zusammen mehr als er. Also ist er schlechter. Ja. Ihr seid halt viel des. Ihr habt gerade mal zwei mehr als er. Guck mal das sind so Kratzer ne. Vielleicht find ich hier irgendwo ne Nachricht. Geil. Wir haben einfach Farbig angeschrauben. Oh die Bombe ist weg. Oh ja er ist schon durchgesprochen. Nach A? Wow. Nein das ist der. Ja auf B. Was? Das ist doch nicht wahr ey. Ist das B? Ja ja. Pieps doch ganz laut bei dir im Bild. Der tut ja nicht alle labert. Schieß mir ihn. Ja. Wie hast du ihn denn vorbeigelassen? Bei mir ist er nicht vorbeigekommen. Der war doch B. Ja ich musste halt spekulieren man. Ich guck. War ein bisschen spät. Very good. Guckst du so traurig. Mit deinen coolen Augen. Warum kann man sie mir nicht? Schieß mir nicht. Schieß mir nicht glasig auf. Schieß mir da oben. Schieß mir da oben. Oh ne da geht's genauer nicht. Uh der Flick war ultra überschicht geil. B ist einer mindestens. Schieß mir einfach. Zwei. Wo kann der denn sein Henni? Überall. Ne überall kann ich sein. Boah da guck ich Bombe vor A. Zu gierig. Ah was ist das? Da ist noch Klaus. Einer kommt verzögert auf A jetzt. A planted. Letzten beiden auf A. Planted. Letzter auf A jetzt. Hat nen Tag. Minus 49. Gabriel. Hallo ohne MVP. Der wird einfach mal anerkennt. Anerkannt. Was du das jetzt erst merkst. Naja aber nach einer Halbzeit schon krass. Anerkennen. Mit dir eingehen. Freundlich ein guter Lehrer. Geht gar nicht an. Anführer. Danke danke. Anführer ja. Ich höre Steps unten. Oh den habe ich nicht getroffen. Der ist unten. Ja. Ich bin auf ihm drauf gelandet. Du. Der wollte mir die Füße anknabbern. Blast wird gemessert. Auf. Ja. Die 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 die. Die 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 die. Die die die. Hallo Niklas. Was hast du vor? Wollte ich gucken ob ich in eurem gespräch aus finde was für ein Spiel ihr spielt. Minecraft. Wir spielen Anno. Weil es gab Anno umsonst. Ja, im Moment gibt es Subnautica umsonst im Epic Games Store. Natürlich hab ich's mir geholt. Boah, der hat jetzt richtig Kohle ey. Der kann sich mal rein pengen lassen. Wo gab's das denn? Bei Ubisoft. Ist der Mensch, der gerade kam mit euch verwandt? Ja. War der auch bei der Dosis schläft dabei? Nein, der kam erst später. Oh, schade. War der erst später mit euch verwandt? In der Mitte wird nicht so gut bedeckt von denen. Ja, gar nichts. Wenn da zwei hinterspringen, ist es so wie wenn gar niemand holt. Wir planen zu lange mal auf A, obwohl ich die Klöschung habe. Ja, das wäre ich. Au. Hinter mir, hinter mir, hinter mir! Oh, 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 oh. Wenn die nicht merken, dass wir Wentz sind, aber... Man hört das ja, dass wir Wentz sind. Man hört das ja, dass wir Wentz sind. Ja. Ich hab dich mate, ich hab dich. Gut. Du Ratte. Oh, ich surfe auf dem Schiff! You can take Snowball on T spawn. Und... This is what we have been working for. Spawn. Oh, zwei dumme Gedanken. Niklas, wir sind sofort fertig. Das ist jetzt die letzte... Oh, einer noch, Fubi. Ich besitze ja jetzt Anno. Echt? Ich besitze Stefan. Guck. Ja, wieso? Jetzt hol dir noch schnell Subnautica aus dem Shop. Nein! Drüber geworfen! Wartest du halt Epic Gaming, die die Fortnite gemacht haben? Wow, dieser Gabriel! Boah! Seiner ist der Erdeng. Es ist doch nicht die letzte Runde. In meinem Gesicht. Was ist denn Subnautica? Was ist der Erdeng? Irgend so ein Unterwasserer. Ja, das hätte ich mir jetzt fast gedacht. Man schwimmt da rum. Spaß. Entdeckt was. Oh, hier kommt eine. Hier kommt eine. Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z Hier kommt eine. Habe ich nicht. Hab ich nicht? Ah, du-Du-Du-Du-Du-Du. Oh, da ist er. Schieß mal ins Fenster. Ho... Hohoho! So close! Ach! Der ist doch normal! Kein Rechtsklick! Ja, wenn du nicht rechts klickst! Ja, sein wir schön. Der Micha macht hier irgendwelche kaputzen. Ja, mach's wieder kaputzen. Musst wieder besonders machen. Wir können das auch verlieren. Wir können einfach mal liefen oder aufgeben. Können wir aufgeben? Ja, mit einem der lieben. Nichts mehr. Das ist auch nicht. Das ist auch lächerlich. Der will ist Stefan. Aua! Nein, der springt halt hoch! Oho, das wird ja dann... Ich bin mal wieder in einem Auto. Viel Spaß euch. Vergesst das Thema. Ach, von der Seite! Ja, also zwei sind auf B. Die letzten. Das war... G, G, Lote... Nein! In Lote... Die Scheiße weg hier! Das kommt er schon. Einige Topfrager. Wie kann das denn sein? Aua! Habe ich nicht drauf geachtet. Schieb's einfach auf den Disconnector, Mann. Ja, was soll denn? Der arme Gabriel. Ach, überhaupt nicht unfair, die Teams. Nee, find ich auch nicht. Dafür hatten wir den G.